Ich glaube, wir werden jetzt zurück mit der LP, ne? Was ist? Was? Ja. Wir werden jetzt zurück mit der LP kaufen. Ich verstehe nichts. Ja, 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 ja. Der hat Stärkung, glaub ich, getrunken. Verdammt. Wir hätten uns Speed machen können. LP in die LP. Das drauf, oder? Wollen wir drauf? Jungs, komm mit rauf. Ja, müssen wir, glaub ich. Wir haben keine LP oder sowas. Ich will sterben und ihr gebt... Ah, ich weiß nicht. Gebt mal so ein bisschen zur Seite. T-Gott, geh ein bisschen zur Seite. Die, die 13 Namen geben, ein bisschen so außenrum. Wo ist hier? Ich hab einen, du baust. Wir müssen nach hinter dir noch. Mach hinter dir noch so ein bisschen. Ja. Dass du nicht direkt so weit rausfliegst. Hab einen. Ja, die... 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 Ihr bist schon, dass die Mauer hinter euch verschwindet, ne? Ja, ist schon klar. Der Jumpshot... Die Jumpshot... Die Jumpshotten alle nur. Das ist richtig scheiße. Ich bin zur Bildung zu reden, ne? Ich hab jetzt schon mal Stärke trägt, wenn wer alles hat. Ihr müsst... Ich würd sagen, ihr geht zu Vemmys Position. Vemmys ist da alleine, weil... Dann könnt ihr auch unten pushen. Weil die sinkt da grad nicht so. Oh mein Gott, Alter. Ich hab zwei Bowshot auf zwei. Schwimmis ist bei denen. Nice, Vemmys. Ihr müsst zu Vemmys... Ja, müssen wir kommen. Ja, komm, schon mal. Dann könnt ihr... Dann könnt ihr gleich drauf pushen. Kommt Jungs, das holt ihr. Die spam mich. Ja, die spammen... Natürlich spammen die. Versteh ich nicht. Warum spammen die mich? Papa. Sag mir, mir Attacke machen wir müssen. Ja. Einer hat keinen Stärke. Die anderen drei haben auch Stärke. Jonathan, komm mit, Jonathan. Komm mit, komm mit, Jonathan. Komm mit, komm rauf, komm rauf, komm rauf. Alle rauf, alle rauf, 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 rauf. Zugriff Jungs. Hey, geht rein, geht rein. Rauf. Ich hab keinen. Oh man, ich muss gar nichts machen, man. Haben wir gewonnen? Jonathan hat alle geholt. Ich hab nicht mehr was realisiert. Ja, Jonathan hat alle geholt. Ich wollt grad reinlaufen, man. Wie unfair. Unfair. Der wollte auch Krill. Ey, ja, nicht. Schade. Du hast doch nur ein bisschen Hurensohn. Voll doch nicht. Ich, ich konnte nicht einschlagen. Ich konnte nicht einschlagen. Blöd Mann. Wimmis. Habi. Immer dieser doofe Zappert. Der hackt immer. Ich hab jetzt nen Bassagott Junior, ne? Ja. Ja.